Es gibt keinen, der so fresh reactet, immer real, immer echt, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, man, dann guckst du's an. Also, liebe Freunde der guten Unterhaltung, die Frage ist heute. Bei dieser Show haben wir es nicht nur im Bizeps, sondern auch im Hirn. Genau, der Frage gehen wir heute mal nach. Nämlich mit einer Folge, wer wird's Millionär, das Trainingslager. Ja, das ist echt mal cool. Das haben wir geschrieben, sollen wir mal machen. Bin gespannt. Jetzt dürft ihr gleich mal einen Tipp abgeben. Machen wir ein bisschen so, wer besser ist. Ja, wer ist besser? Wer weiß mehr, Paulina oder ich? Wir werden gemeinsam raten. Also Sascha versus Paulina. Und wir werden beide halt so gemeinsam auf einen Zettel. Wir brauchen einen Zettel, wo jeder seine Antwort hat. Na, wir sagen immer auf 3, 2, 1, sagen wir einfach. Ja, sagen wir 3, 2, 1 und dann A. Ja, passt. So machen wir das jetzt? Also, an wen glaubst du? Schreibt's mal rein, Sascha oder Paulina. Ja, gerne auch in die Kommentarbox reinschreiben jetzt, bevor ihr das Video schaut. Ganz wichtig, nicht erst danach. Nicht cheaten. An wen, wer glaubst du ist besser? Es kommt echt auf die Fragen drauf an. Bei manchen Fragen hab ich mehr Ahnung, bei manchen du. Ja, es wird spannend. Also, ich glaub, dass wir ungefähr gleich sind. Gleich blöd. Gleich dumm sind, ja. Paulina, wir haben uns richtig blamiert. Scheiße. Wir sind gleich blöd, also bräuchten. Jetzt wird's spannend. Also, jetzt wird's ernst. Mal schauen, ob wir uns blamieren hier. Blamieren oder Kassieren. Kannst du dich nicht erinnern? Nee. Blamieren oder Kassieren? Das war doch immer bei Schlag den Rab, immer die eine. Ah ja, da war was. Blamieren oder Kassieren. Ja, ja, genau. Paulina, Sascha, Paulina, Sascha. Das ist ein knappes Rennen. Aber was glaubst jetzt du? Wer ist das Beste von uns beiden? Also, ich glaub... Ja, jetzt ist mir schon spannend. Ich sag ich und du sagst du. Wir wollen doch auch gewinnen. Ja, sicher. Wir glauben schon an uns selbst. Passt, passt. Okay. Gut, also, es geht los. Wir gehen hier rüber. Wer wird's Millionär? Gut, Abonnenten-Millionär? Abonnenten? Also... Ja, jaha. Jetzt geht's aber mal jetzt auch, gell? Aber, hoffentlich nach diesem Video, jetzt auch auf Paulina rüber switchen, haben wir auch die Millionen voll. Ja. Auf jeden Fall verdient. Wär's. Also, ihr macht jetzt auch gerne mit, ja? Ja. Mal schauen, wie weit ihr kommt. Ganz ehrlich, das müsst ihr dann auch noch reinschreiben. Also, auf geht's. Ich hab Angst, dass ich mir jetzt viel blamier, gell? Ja, ja. Jetzt wird's... Ich glaub, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn es wirklich so eine Frage, die man eigentlich wissen sollte, nicht weiß. Mhm. Aber man muss dazu sagen, das ist ja deutsches Fernsehen. Ja. Vielleicht kommt ja auch eine Fitnessfeuer, dann blöden wir uns richtig. So. Jetzt die Mucke. Es wird ernst. Hallo und herzlich willkommen zur Millionenshow. Auf geht's. Meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie heute in der Runde. Sascha Huber, Pauline Walner. Es wird ein spannendes Battle. Gute Enthaltung. Wir starten. Los! Mit Günther Jauch, hallo, herzlich willkommen. RTL, Sascha Huber. Es geht los. Schnelles Spiel. Und auf geht's. Und zwar. Möchten Sie mit Zeitlimit spielen? Nein. Nein. Wählen Sie die Risikovariante? Ja. Risiko. Die Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro wird entfernt. Dafür erhalten Sie einen Zusatzjoker. War mit Zusatzjoker oder ohne? Schwierige Frage. Ich sag mal ohne. Wie Risikovariante. Ja. Passt. Los geht's. Volles Risiko. Volles Risiko. So. Erste Frage. Ordnen Sie diese Tasten eines handelsüblichen deutschen Telefons von oben nach unten. D-C-B-A. Oder? Wir sind in der Runde. Es geht los. Wir sind drinnen in der Mitte. So. Es geht los. Wir sind drin. Wir sind drin. Wobei handelt es sich um ein beliebtes Getränk an kalten Tagen. Bin die Banane. Nennt mich Kirsche. Heiße Zitrone. Oder call me Strawberry. Drei. Zwei. Eins. Tee. Huch. Glückkopf. Erster Sitz. Ja. Mit Armin Assinger. Natürlich. Heute in Österreich mit Armin Assinger. Worüber freut sich ein Düsseldorfer im August in einem Biergarten mit hohem Frauenanteil? Eis, Heilige, Schafskill, Tee, Frühlingsanfang, Altweibersommer. Okay. Ah. Drei. Zwei. Eins. D. Das war jetzt ein bisschen... Das war verzögert. Das ist richtig. Man muss aber dazu sagen, nämlich der Altweibersommer, der war schon mal bei einer Frage dabei, die wir vor kurzem mal hatten. Ja, aber darum geht's ja. Ja, aber hohe Frauenanteil. Komm, Altweiber. Ja, genau. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Ja. Geht doch. Beißer nennt man Gebäck aus Zucker und Neuschnee, Eischnee, Pulver. Ja. Ah, okay. Drei, zwei, eins, B. Yes. Wer mit seinem BMX-Rad quer durch den Wald gefahren ist, hat danach womöglich Senegale, Kamerune, Madagaskare, Mosambike. Drei, zwei, eins, D. Hey, das sind immer so witzige Fragen. Das sind echt so witzige Fragen. Will fallen die ein? Ja, das frage ich mir auch immer. Will fallen die immer ein? Andere finden die normal, aber lachen gar nicht, aber ich finde die immer echt witzig. Aber jetzt haben wir auch nicht gelacht, gell? Ja. Werden wir uns so konzentriert. Welches Geschäft wird durch einen zusätzlichen Vokal so klein, dass man es problemlos vor sich her tragen kann? Buchladen, Spielwarenhandlung, Bäckerei, Drogeriemarkt. Ja, nicht in den Chat schauen. Wer hilft sonst? Ja, nicht in den Chat schauen. Okay, okay. Okay, Vokal wissen wir. Buchladen. Ich kann nicht ahnen, ich stehe gerade viel auf der Leitung. Ja, wieso zusätzlich Vokal hinten dran einfach? Ja, aber was war das da? Also Vokal ist doch A-I-U. Hallo? Vokal, Vokal ist... Konsonanten? Und ist ja mit laut A-I-U. Hä? Oder? Was? Hey, helft uns da bitte, wir blamieren uns gerade. Was ist Bäckerei? Du darfst nicht auf den Chat schauen. Ja, ein bisschen schauen. Nein. Ich habe das auch alle verwirrt. Es geht um einen zusätzlichen Vokal einfach. Ja, okay, ich weiß jetzt. Ja. Weißt du was? Also es ist Bauchladen. Bisschen flotter da. Bauchladen. Alter, ja, wieso sagst du das jetzt? Wir hätten halt da einen Jogger nehmen müssen. Achso. Du musst nicht wissen. Nee, Schatz, jetzt tue ich den Chat weg. Sorry Freunde, ich tue jetzt den Chat weg. Weil so geht das nicht. Paulina kann sich nicht auf das Spiel konzentrieren. Bauchladen. Aber lassen wir jetzt, wenn wir so durchgehen, weil sie 500... Ja, es geht eher an den Chat daraus. Wie nennt sich der Liedsänger der Toten Hosen? Weißt du das? Ja. Ich schon. Echt? Ja. Ja, ich glaube jetzt mal nicht, dass er Nimm 2 heißt. Ich glaube nicht, dass er Vick Blau heißt. Das sind ja alles so Zuckerl. Mhm. Also entweder Hustinetti, das ist irgendwie komisch, aber ich glaube eher Campino. Also du sagst C. Ja, aber ich, wenn ich jetzt wirklich in der Mitte sitzen würde, würde es nicht einloggen. Das ist ja ein Jogger nicht. Also ich würde es jetzt ein Jogger nehmen. Ja, was sagst du? Das Richtige. Ja und ja. Ciao. Man kann sich das ja ein bisschen herleiten. Bei welcher dieser Sportart wird jedes Mal die Zeit angehalten, wenn der Spielball ins Aus geht? Pah. Gibt es bei Tennis überhaupt eine Zeit? Gibt es bei Volleyball überhaupt eine Zeit? Bei Tennis gibt es keine Zeit. Nein, bei Volleyball glaube ich auch nicht. Hätte ich noch nie gehört. Basketball gibt es eine Zeit. Tennis spielen können oft ewig lang dauern. Ich glaube da ist ein Rekord bei... Ich weiß nicht. Ewig lang. Also bei Basketball gibt es eine Zeit und bei Handball gibt es eine Zeit, oder? Die zwei. Und wo wird die Zeit angehalten? Weil ich bei Basketball oder Handball... Ich würde sagen bei Handball wie bei Fußball, oder? Bei Fußball wird die Zeit auch noch gehalten. Nicht, oder? Nein. Aber die wird ja damit noch zugrechnet. Naja, es gibt ja Nachspielzeit. Ja eben. Aber die wird nicht gestoppt. Ja, aber sie wird angehängt. Ja und nicht angehalten. Stimmt, stimmt eigentlich. Basketball... Das erkennt man so von den Filmen, wenn da so ein Ball fliegt, in den letzten Sekunden geht er rein, gibt es noch mal drei Punkte, glaube ich sind es da. Aber ich würde da 50-50. Ich wollte gerade sagen 50-50. Okay, 50-50. Ja. Wir hoffentlich bleiben mit, die zwei. Ja, hoffentlich. Oh Gott. Okay, mach. Ja, Basketball. Ah, gut. Grün ist langsam. Langsam, blau, medium, rot, schnell. Und was geht es da? Badehosen? Kunstrasenplätze? Also Schachfiguren hätte mit Farben grün, blau, rot noch nie los gehört. Badmintonbälle, weiß ich jetzt gar nicht, Badehosen, also was die Schwimmer, je nach Platz, glaube ich nicht. Also Kunstrasenplätze, grün für langsam. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt Badminton. Was hättest du gesagt? Wir müssen es gleichzeitig sagen. Ja, drei, zwei, eins, sechs. Aber eins, es ist Badminton. Wieso hältst du dich immer so bedeckt und nicht darüber reden? Du hast es ja gerade reden lassen. Ich habe es schon gewusst. Du hast es gewusst. Ja. Die haben wir ja, die Speedmintonbälle. Was tritt beim keltischen Typ schon nach zehn Minuten ein, während der mediterrane Typ bis zu 35 Minuten länger Zeit hat? Sonnenbrand, Hungergefühl, Schweißausbruch oder Alkoholrausch? Der mediterrane Typ ist doch eher der, was eher so wärmere Temperaturen. Ja, südliche Länder. Keltisch hat das was mit Kelten zu tun oder eher so mit Norden, eher Kälte? Kelten, sonst wäre es mit E geschrieben. Ja, der keltische Typ ist eher im Norden und der mediterrane Typ ist eher im Süden. So wissen wir schon mal. Also, Sonnenbrand. Hungergefühl glaube ich nicht. Ich glaube aber auch nicht Sonnenbrand, ehrlich gesagt. Alkoholrausch auch nicht. B, Schweißausbruch. Ich tippe eher, obwohl ich Schweißausbruch irgendwie auch, das ist ja ganz individuell, nämlich auch. Also, sagen wir es bei drei. Ja, weißt es du. Ist ja nur ein Tipp, oder? Das ist ein Tipp, ja. Ja, ein Tipp. Okay, drei, zwei, eins, C. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber, ja, ist offensichtlich, aber ich glaube, ja, was willst du Zucker nehmen? Ja. Fisch schon? Ja. Ja, okay, welch. Willst du wirklich nicht? Ich darf einen nehmen. Aber es macht so viel Sinn. Norden, Süden, die sind halt weißer, im Süden eher ein bisschen dunkler und da kriegt man einfach nicht so schnell Sonnenbrand. Okay, aber das ist so, für mich ist das so offensichtlich, dass es wenigstens eine Falle ist. Ja, ich glaube, wird eine Falle gestellt. Das ist eher bei den Anfangsfragen, oder? Aber gut. Also, was macht man? Ich rufe ihn an. Ja, okay. Ich rufe ihn an. Was möchtest du wirklich, wenn er an? Ja, ich rufe ihn an. Ich rufe ihn an, den Telefonjoker nehmen, oder? Ja, okay. Meine Schwester nehmen wir jetzt als Telefonjoker. Heb ab. Hi. Hallo, boah, im letzten Moment hebst du noch mal ab, Dina. Fuck, du bist live im Livestream, wollte ich dir nur schnell sagen, ohne da jetzt Druck zu machen. Du bist gerade im Livestream. Ja, du bist gerade im Livestream. Du bist auf Lautsprecher. Du bist auf Lautsprecher. Du hast echt im letzten Moment abgekommen, Alter. Vorher ist schon in die Mobilbox gekommen. Ich wollte gerade auflegen. Boah, ja, noch mal die, guck. Ja, vorhin hast du verpasst. Ähm, die Sache ist die, Polina. Wir sitzen beim Günther Jauch. Wir sitzen gerade beim Günther Jauch. Wir machen gerade die Millionenshow. Und wir haben jetzt den Telefonjoker gewählt. Dann haben wir uns doch, wir rufen Dio, weil du könntest das wissen. Also, wir sind jetzt bei 8.000 Euro. Und wenn die Frage richtig ist, schaffen wir 16.000 Euro. Alles klar? Okay. Ja, was? Wir brauchen noch einen Timer. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Dann zählen ungefähr mit. Okay. Okay. Und zwar, los. Was tritt beim keltischen Typ schon nach 10 Minuten ein, während der mediterrane Typ bis zu 35 Minuten länger Zeit hat? A. Hungergefühl. B. Schweißausbruch. C. Sonnenbrand. D. Alkoholrausch. Beim keltischen Typ tritt es nach 10 Minuten ein, beim mediterranen Typ erst nach 35 Minuten. Also, der keltische Typ ist doch eher so Norden, der mediterraner Typ ist doch eher so im Süden. A. Hungergefühl, Schweißausbruch, Sonnenbrand oder Alkoholrausch? Sag was! Sonnenbrand. 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 Okay, schau, schau, schau. Danke. Du, 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 du. Okay. Achso, die hat das nur bestätigt. Wir nehmen das. Okay, nehmen wir es. Ah, richtig. Wir hätten gar keinen Jocker braucht. So eine Scheiße. Wie hieß die Lokomotive, die am 7. Dezember 1835 die erste deutsche Eisenbahnstrecke von Nürnberg nach Fürth einweite? Also, ich würde jetzt mal so vom Gefühl her Storch ausschließen. Ich würde vom Gefühl her sagen, irgendein Vogel. Ah, echt? Also, ich würde sagen, Storch nicht. Schwierig. Also, ich würde hier sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Naja, aber man kann ja, Storch wird jetzt keine Lokomotive. Ja, Lokomotive, die ist halt so mächtig. Da ist ja noch richtig zwei Tampflokomotive damals noch. Ja, Falke ist auch ein bisschen zu... Also, ich glaube... Na, Falke war schon immer so ein Statussymbol von Adeligen damals noch. Ja, aber Adler ist so ein richtiges... Adler auch, richtiges Tier so. Ich finde, Adler repräsentiert am meisten so... Ja, ich würde auch Adler sagen. Aber wir brauchen einen Jocker. Aber wir brauchen einen Jocker. Wir müssen es abschließen. Nehmen wir eine Person oder mehrere? Nehmen wir Publikum. Publikumsjocker. Ja, ja. Okay. B. Ja. Adler. Adler. Wir hätten wieder keinen Jocker gebraucht. Ja, ich weiß. Wir müssen mehr riskieren. Wir sind so schlau. Sechzehn Kai. Welcher 1933 geborene Technik-Pionier fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes dem guten Ton verpflichtet? Luke Stereo, James R. Capella, Ray Dolby, Sir Round. Okay, Sir Round ist echt mal legendär. Sir Round-System, aber das wird es nicht sein. James R. Ich glaube auch, das Luke Stereo, das hätte ich noch nie gehört. Mir kommt C, Ray Dolby, irgendwie Dolby. Ray, Ray. Das ist ja immer das. Das ist ja bei den Filmen immer, oder? Eingeblendet. Ich würde zu C tendieren. Aber, ja. James Acapella. Habe ich noch nie gehört. Acapella, hat mit Technik nichts zu tun. Naja, es geht ja da ein bisschen so mit gutem Ton, was der Acapella ist. Ah, aber Technik-Pionier. Irgendwann ein technisches System, da hört man halt öfter Stereo-System, das ist Technik. Ja, das glaube ich aber auch nicht. Und Dolby ist da auch so. Ja, das glaube ich, aber da brauchen wir einen Joker. Ich glaube, das das ist. Aber wir brauchen einen Joker, Schatz. Das ist der letzte Joker. Wir fahren auf 500 Euro runter. Ja, fuck. Passt. Joker. C. Ja, ich hoffe, dass C erst er kommt. Ja. Aber ich muss sagen, wir haben zwar jetzt keinen Joker mehr, aber wir hatten eigentlich fast, wir hatten die alles richtig. Eigentlich waren wir wirklich gut. Ohne Joker haben wir alles bis jetzt richtig gehabt. Aber wir sind zu zweit. Aber die Nummer sicher, du gehst lieber auf Nummer sicher. Ja. Ja, ist ja besser so. Was ist im Küchen-Französischen mit Rux gemeint? Zuckerguss, Bratenfond, Eischnee, Mehlschwitze. Lass mich mal überlegen. Nur jetzt vom Gefühl her. Ja. Schließe ich A und C aus. Das habe ich noch nie im Zusammenhang mit Süße. Ich würde sagen, dass es B ist. Ja, es kommt D womöglich. Aber ich glaube, A und C, das ist für mich nichts Süßes so. Also B hätte ich vom ersten Moment auch gesagt, aber Mehlschwitze. Meinen Sie damit, ist das mit Mehlschwitze, wenn man eine Soße bindet? Ist das damit gemeint? Also wenn man das Mehl so anschwitzt? Oder was ist damit gemeint? Weil das könnte es natürlich auch sein. Bratenfond. Ich sage Bratenfond. Ja, wir müssen nicht, wo es nehmen wir, gell? Also ne, wir hören auf. Eigentlich würden wir jetzt aufhören. Wir nehmen das Geld nach Hause. Also vielen Applaus, Applaus. 32.000 Euro. Auf jeden Fall 32.000 Euro. Ich bin zufrieden. Danke schön. Danke schön, Armin Assinger. Danke schön, Günther Jauh. Vielen Dank, dass ihr widerstanden habt. Schauen wir jetzt noch rein. Wie weit sind wir gekommen? Aber jetzt schauen wir noch mal rein. Wir sagen B. 3, 2, 1. Mehlschwitze. Bravo. Gut. Hey, das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben uns das jetzt nicht voll blamiert. Nee, also ich glaube, wir haben uns echt nicht blamiert. Wir waren doch gut. Eigentlich. Ohne Scheiß. Wir haben alles gewusst ohne Jogger. Wir hätten einen Jogger nicht nehmen dürfen. Dann hätten wir es jetzt richtig gehabt. Ja, ich weiß. Aber... Mehlschwitze. Was ist das, ey? Gibt es bei uns den Ausdruck Mehlschwitze? Ich glaube, in Österreich sagt man das nicht. Ich habe das noch nie gehört. Mehlschwitze. Ich glaube, Mehlschwitze ist, wenn man wirklich ein bisschen so die Soße... Weißt du, wenn man Soße machen will. Oder? Das ist Mehlschwitze. Ja, ja. Wahrscheinlich, gell. Ja, hat Spaß gemacht. Bin schon gespannt auf eure Kommentare, weil es ihr geschafft habt. Beziehungsweise, ob ihr recht habt, wer hat jetzt von uns beiden gewonnen? Ich glaube, eher du. Weil bei zwei Fragen bin ich gehängt. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja, und ich hätte wahrscheinlich das genommen ohne Jogger. Das heißt, ich hätte jetzt noch einen Jogger nutzen dürfen. Von Werich meint noch ein bisschen weiter. Aber ist es jedes Mal unterschiedlich. Normalerweise ist Paulinger schlauer als ich. Na, schau. Ah, wenn man so mitraten beim Fernseher. Doch, doch. Das kann man schon sagen. Das kann man schon so sagen. Es kommt ganz auf die Frage drauf. Aber guck, spiel, Schatz. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Click it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation. Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Ja, 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 ja. Bis zum nächsten Mal.